Musik Ja, guten Tag hier. Mein Name ist Bernhard Eber. Ich bin Pressesprecher bei der Firma Wallywolf hier auf dem Messestand in Düsseldorf. Wir haben eine ganze Menge Messe-Neuheiten und die wichtigste Neuheit, vor der stehe ich, das ist der Magic Jackpot. Das sind vier Slendtops, vier Casino-Geräte, die zusammengeschlossen sind und ein Jackpot, bei dem man vier verschiedene Ebenen gewinnen kann. Und das Ganze macht natürlich sehr viel Spaß, weil die Gewinnerwartungen interessant sind und auch zu jeder Zeit gewonnen werden kann. Das ist nicht abhängig von den Beträgen, die auf den Displays angegeben werden. Das kann bei kleinen Beträgen, das kann aber auch erst bei großen Beträgen ausgelöst werden. Neben diesem Jackpot-Sabel haben wir natürlich eine Menge neuer Spielpakete. Das ist Action Star 3 mit insgesamt 60 verschiedenen Spielen. Für die Gastronomie haben wir den Action Star Solid, der ist auf zwölf gastronomiegerechte Spiele begrenzt, damit die Gäste in der Gastronomie, Entschuldigung, damit die nicht eine zu große Auswahl haben, sondern wirklich die Spiele, die dort laufen, die dort Spaß machen. Das ist scientists! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020